Vor zwei Jahren habe ich mal ein Video gedreht und da ist es über Kümmel gegangen. Da habe ich eine Pflanze gekauft auf dem Kräutermarkt. Und da wollte ich euch jetzt das Ergebnis zeigen, was rausgekommen ist nach zwei Jahren. Hallo, willkommen bei der Gartenmonie. Also, das muss ich erst vorher noch erklären. Der Kümmel, das ist eine zweijährige Pflanze, danach ist sie kaputt. Und im ersten Jahr trägt der Kümmel oder die Pflanze überhaupt nichts. Da wächst die einfach nur. Man kann aber von dem Kümmel, von den Blättern, kann man die feinen Blätter und die Spitzen nehmen und kann es mit dem Salat oder Bratkartoffeln oder sonst wo dazugeben. Das kann man machen, aber man hat halt nicht diesen Kümmel, diese Körner da. Und das kommt erst im zweiten Jahr. Und heuer war jetzt das zweite Jahr und der hat geblüht und hat jetzt Kümmel dran gehabt. Ich zeige es euch gleich, es ist nicht viel, weil es war ja nur eine kleine Pflanze. Aber ich habe mich jetzt trotzdem gefreut und ich werde es jetzt öfters auch mal im Garten tun. Jetzt zeige ich euch einmal die Pflanze, wie sie jetzt ausschaut. Hier, ich habe es abgeschnitten, die ist total abgetrocknet. Ihr seht es, man hört es auch, hier, da, total trocken. Also da kommt nichts mehr. Die ist jetzt kaputt. Die hat ausgedient sozusagen. Aber dafür haben wir ja jetzt einen Kümmel. Also ich habe jetzt das abgeschnitten ja und habe es ja, weil in die Schüssel rein, damit ja kein Körnchen verloren geht, weil ich ja, wie gesagt habe, so viel ist es ja nicht. Das werden so Blüten wie vom Diller oder sonst was, seht ihr das? Solche Blüten werden das auch. Die haben so kleine weiß-rosa Blüten gehabt. Also mehr weiß wie rosa, aber es war so ein Stich drin. Ja, und die haben jetzt geblüht vom Mai. Im Mai war das, ja, so Mai bis Ende Mai. Und dann hat sich da langsam der Kümmelsame da gebildet. Also der war dann noch grün, beziehungsweise ist ja jetzt auch noch. Deswegen hängt er auch noch dran. Weil wenn er jetzt schon reif wäre, richtig braun, dann wäre er schon abgefallen. Aber ich habe schon ein paar da drin in der Schüssel. Fällt natürlich jetzt auch Blätter und so ein Zeug ab. Das muss man dann noch einmal durch ein Sieb tun. Ich zeige es euch einmal. Ich tue mal was auf die Hand, dann sieht man es. Hier, das ist dann der Kümmel. Und dadurch, dass ich ja wirklich gern Kümmel zum Beispiel an den Bratkartoffeln will oder auch am Braten oder überall, wo es halt geht. Weil Kümmel ist ja zur Verdauung da, dass die Verdauung besser ist, wenn man mal was schweres isst auch. Manche tun auch einen Gürkensalat und Kümmel hin. Das hat meine Mama immer gemacht. Das fällt mir jetzt halt ein. Aber das mache ich jetzt wieder nicht so dran. Ja, auf jeden Fall werde ich nächstes Jahr mir mehr Kümmel. Entweder zulegen, dass ich mehr Pflanzen kaufe oder ich versuche jetzt halt noch Kümmel zu säen. Vielleicht gelingt es mir, dass ich doch noch Pflanzen kriege und die werden dann nächstes Jahr einjährig. Da gibt es nichts. Und dann ist ja drauf, dass ich da vielleicht dann ernten könnte. Das wäre natürlich toll. Also ich freue mich trotzdem, dass ein bisschen was dran war. Ihr habt ja auch gesehen, bei dem abgeschnittenen, es waren ja nicht viele solche Röhren da, so Stiele. Da kann es ja nicht übermäßig viel Ernte geben oder große Ernte. Aber da sieht man jetzt auch schon, dass da mancher reif wird. Und hier, hier, da, das sieht man richtig, wie es der Kümmel halt so ist. Die Kümmel, die kann man jetzt dann im Ganzen lassen. Man kann den aber auch schön mahlen, durchdrehen, grob oder fein, wie man will. Ich glaube, ich werde das, naja, braucht man nicht. Im Sauerkraut braucht man ja auch einen Kümmel rein. Und da will ich ihn immer ganz haben. Ja, also durch das, dass es nicht viel ist. Aber wenn ich dann nochmal irgendwann viel vielleicht ernten kann, dann werde ich mir den auch zu Pulver mahlen. So, das war es jetzt mit meiner großen Ernte. Die wollte ich jetzt mit euch teilen. Ich hoffe, vielleicht, vielleicht ist jemand von euch dabei, der sagt, oh, das probiere ich auch einmal mit dem Kümmel. Also es ist, ich habe einmal gelesen, wenn man Kümmel selber ansät, es ist auch ein wenig Glückssache mit dabei. Manchmal keimt er nicht richtig oder überhaupt nicht. Und dann kommt er wieder. Na ja, ich meine, das ist mit anderen Sachen genauso. Aber bei Kümmel ist es extrem, habe ich gehört. Und ich habe das schon einmal vor einigen Jahren probiert. Habe ich noch einen Kümmelssager, den habe ich sogar noch da, die Hälfte. Und da ist überhaupt nichts gekommen. Weiß nicht warum, aber den werde ich jetzt einfach nochmal sehen. Verfallen ist er noch nicht, das weiß ich. Und vielleicht kommt noch was. Bis zum nächsten Video dann. Tschüss, eure Gartenmoni.